Du musst Challenge verloren, hier mit dem Kolben reinbrennen. Wo reinbrennen? Ins Holz. Ins Holz. So, du hast ja leider bei der letzten Challenge verloren, deine Bestrafung. Du musst das Wort Challenge verloren, in das Holz reinbrennen. Kriegst du das hin? Wann hast du das das letzte Mal gemacht? Ja, in der Hauptschule. Oh, na mal gucken, ob du das noch kannst. Du musst ein bisschen schön aussehen. Wenn man verliert, muss das können. Ja, wenn man verliert, muss man das können. Da hat er wohl recht. Dann fang mal an. Ja, gut. Pass auf, dass du dich nicht verbrennst. Ich? Ja. Hast du schon mal sowas gemacht? Ja. Du kannst es bestimmt besser, ne? Und schneller. Halt die Klappe, Abdullai. Bei mir sind es schon so knapp sieben bis acht Jahre her, ja? Ich mach mal ein großes A. Das A muss man ja auch betönen, den Arschloch. Extra für Abdullai. Oh, Arschloch, Arschloch, Arschloch. Abdullai, würdest du meine Aufgabe weitermachen? Du bist ja besser als ich. Ich meine, er hat ja gewonnen. Wieso soll er da denn Challenge verloren schreiben? Ja, okay. Über die Schönheit lässt sich streiten, aber da du ja im Werk nie da warst in der Schule, sollst du die aufmachen, oder geht's dir? Das geht jetzt trotzdem irgendwie auf. Du musst auch sein Körpergewicht einsetzen. Man muss nur wissen, wie. Das sage ich ja immer. Danke schön. Danke. Pia, das hast du ganz toll gemacht. Auch wenn ich verloren hab. Auch wenn du verloren hast, aber das kannst du dir ja übers Bett hängen, damit du dich an diesem Tag immer erinnerst, wie du verloren hast. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Tschisikowski. Tschau. Ich hänsel mich nicht, ich wüsste, du das Brett wirst du fressen. Bis zum nächsten Mal. Tschaus